War sie schon bei Ihnen zu Hause? Denn AstroTV hat heute schon gefeiert. Wir haben nämlich 8-jähriges Bestehen von leichter Leben gefeiert. Da bist du auch schon ganz, ganz lange mit dabei. Fast von Anfang an. Fast von Anfang an. Seit ungefähr drei Jahren bist du im Endeffekt hier mit dem AstroTV-Shop, mit deinem Gabriele Iazetta-Shop wirklich zu Hause, kann man schon so sagen, einmal im Monat. Da beehrt uns ja Gabriele Iazetta und auch heute ist sie wieder live hier. Heute an diesem wunderbaren Donnerstag zum letzten Mal in der 17-19 Uhr Stunde. Morgen, da können wir Sie nochmal erleben, dann von 11 bis um 13 Uhr, aber das letzte Mal heute Abend. Aber wir haben für heute Abend Ware, naja, man kann schon sagen, wirkliche Knüller dabei. Ganz Besonderes. Ganz Besonderes. Vielleicht nicht unbedingt ein Schmuckstück, von dem Sie heute zum ersten Mal hören, aber von dem Sie lange nichts mehr gehört haben, weil es lange ausverkauft war. Und eigentlich wussten wir auch gar nicht, ob wir heute darüber reden können. Es geht auf jeden Fall um ein... Wir wissen es eigentlich erst seit dem Mittag. Naja, seit heute Mittag hast du gesagt, ich habe da noch was und so weiter und so fort. Wir haben auch noch ein paar Restbestände, aber über diese wirklichen tollen Produkte kommen wir erst ein bisschen später zu reden. Sie haben ja in dieser Woche, wenn Gabriele bei uns in Berlin ist, immer die Chance, wirklich tolle Schmuckstücke, tolle Dinge von dir zu bekommen, zu wirklich Preisen, die Sie nur hier finden, die Sie nur finden, wenn Gabriele in dieser Woche in Berlin ist. Und auch heute hat sie wieder tolle Preise mitgebracht und nicht nur tolle Preise, sondern eben auch wirklich Schmuckstücke, auf die man wieder, wenn Sie heute, und da bin ich mir sicher, in den Ausverkauf gehen werden, länger warten muss. Aber es sind Schmuckstücke, die in unsere Zeitqualität passen. Wir haben gestern, das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, eine Frau kennengelernt, da warst du ja mit dabei, die hat uns den Maya-Kalender vorgestellt. Das ist vor allem für unsere spirituellen Zuschauer vielleicht ganz wichtig, nämlich heute, da ist ein ganz besonderer Tag in diesem Maya-Kalender. Heute, da können wir in einen, ja man kann schon sagen, Zug einsteigen für die nächsten 13 Tage. Und in diesen 13 Tagen, da haben wir die Möglichkeit, eben unser Leben zu ordnen. Wir können in diesen 13 Tagen uns mit etwas verbinden, wir können uns besinnen. Das, was wir in diesen 13 Tagen starten, das gilt für 260 Tage, dass man sich das wirklich, dass es in die Realität kommt. Und dann kommen wir pünktlich irgendwann nach 260 Tagen am Bahnhof an. Und heute gibt es wieder Schmuckstücke, die Ihnen helfen werden, wirklich am Bahnhof anzukommen, mit tollen, tollen Möglichkeiten, das Leben umzusetzen, das Leben zu verändern. Ich habe gerade gesagt, wir haben Knallerprodukte dabei, auf die Sie lange gewartet haben. Dazu kommen wir ein bisschen später. Aber wir haben natürlich auch einen Knaller gleich zu Beginn der Sendung. Und der Knaller, der geht um ein Thema, auf das viele natürlich auch schon seit vielen Jahren gewartet haben. Denn wir können Lebenskraft, wir können Lebensenergie, wir können tolle Impulse setzen in verschiedene Richtungen. Aber wir haben lange auf einen ganz gewissen Impuls gewartet, nämlich den Impuls zum Thema Verjüngung. Verjüngung. Und den hat Gabriele Iazetta heute wieder am Start. Allerdings auch wirklich die letzten Impulshalsketten. Unsere Stammzuschauer wissen, wovon wir reden. Und derjenige, der noch nicht weiß, worum es da geht. Erklär mal ganz kurz, was ist diese Halskette zum Thema Verjüngung? Ich habe den Heilpraktiker Albert Ruch kennengelernt und mit ihm gemeinsam haben wir mit Hilfe von Frequenzen, die sein Spezialgebiet sind, Frequenzen zusammengestellt, die für die energetische Verjüngung zuständig sind. Und zwar ist das entweder auf diesen Halskettchen, das die Andrea und ich seit vier Monaten Tag und Nacht praktisch tragen, oder auf diesen Armbändern, die man auch Tag und Nacht tragen kann, gebrannt worden. Und in dem Moment, wo dieses Blättchen auf ihre Haut berührt und sie es tragen, verbinden sich, also bekommen ihre Zellen den Impuls zur energetischen Verjüngung. Und genau das macht dieses Schmuckstück aus. Es ist etwas ganz Neuartiges. Solche Schmuckstücke hat es zuvor noch nicht gegeben. Aber ich bin mir sicher, dass es bald fast nur mehr Schmuckstücke mit Frequenzen, die ihren Körper in eine andere Schwingung bringen, nämlich in diesem Fall, dass die Uhr sozusagen wieder zurückgeht, dass ihre Zellen in die Verjüngung kommen. Dafür ist dieser Schmuck zuständig. Und Verjüngung ist natürlich etwas, was wir auch sehen wollen, dass wir ein bisschen optisch in die Verjüngung gehen. Aber das ganz, ganz Wichtige ist dabei, sich in seinem Körper wieder richtig wohl zu fühlen. Und ich bin im 57. Lebensjahr. Na, gewaltig! Und ich weiß, dass sich mein Körper nicht mehr so anfühlt, wie wenn ich 20 bin. Jetzt schon wieder. Ja, jetzt schon wieder. Aber es waren immer so Kleinigkeiten, dass weniger Haare geworden sind, dass die Fingernägel brüchig waren, dass sich bei langen Stehen die Füße angeschwollen sind und heiß geworden sind, dass ich überall blaue Flecken bekommen habe. Das ist alles, alles weg. Ich habe mehr Haar, also merke ich einfach, dass das wieder fester wird. Meine Fingernägel sind fester, blaue Flecken kriege ich überhaupt nicht mehr. Und selbst wenn ich den ganzen Schrank da umrenne, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und da habe ich das mit Albert Ruch gemacht, den wir Ihnen vielleicht jetzt auch mal kurz vorstellen. Wir stellen auf jeden Fall Albert Ruch vor, bevor wir das tun, wollen wir einmal noch ganz kurz darauf hinweisen, was Sie heute bekommen können zum Thema Verjüngung. Es gibt eigentlich das, und ich sage immer, das ist das Must-Have und das ist die Halskette. Weil das ist zusätzlich zu diesem Thema Verjüngung, zusätzlich zu diesen Frequenzen einfach auch ein unglaublich schönes Schmuckstück. Das heißt, es ist ein edles Schmuckstück. Es ist natürlich wieder ein Designer-Objekt von Gabriele Iazeta. Das heißt, Sie bekommen hier hochwertigen Schmuck, aber Sie bekommen nicht diesen hochwertigen Schmuck alleine, sondern eben noch diese positiven Frequenzen. Und Sie haben heute die Möglichkeit, sich eben nicht nur für die Halskette, das Must-Have, zu entscheiden, sondern wenn Sie die schon haben, dann finde ich, passen diese wunderbaren Armbänder auch noch sehr, sehr schön dazu. Und auch die bekommen Sie in der Woche von Gabriele Iazetas Besuch in Berlin eben zu diesen besonderen Preisen in Gold und Silber zu erhalten für 69 Euro. Die Impuls-Halskette, die gibt es für 99 Euro. Gibt es noch welche in Gold oder muss man da schon in die Vorbestellung gehen? Ich glaube, da kann man nur mehr in die Vorbestellung gehen. Ich habe jetzt gar nicht nachgefragt, aber ich bin mir fast sicher, es gibt nur mehr in Vorbestellungen. Aber zumindest wäre man in der nächsten Woche dabei, weil am Montag besuchst du Albert Ruch wieder mit den Schmuckstücken. Weil warum es ganz wichtig ist, dass diese Schmuckstücke eben noch mal zu diesem Heilpraktiker Albert Ruch gelangen, das wollen wir Ihnen mal ganz kurz zeigen. Und wie der mit Frequenzen arbeitet, das kann er am besten erklären, weil wir können tun und machen, aber verstehen tut man es im Endeffekt dann doch nicht. Aber vielleicht erklärt es Ihnen Albert Ruch doch auf seine Art und Weise als Heilpraktiker. Und Sie wissen, worüber wir gleich noch weiter reden werden. Ja, hallo, mein Name ist Albert Ruch. Ich bin Heilpraktiker seit vielen Jahren. Mein Thema ist eigentlich Sekrettest. Der ist speziell und den habe ich selbst entwickelt. Sekrettest heißt, ich brauche verschiedene Substanzen vom Körper, zum Beispiel Nasensekret, Ohrensekret, Speichel, Stuhl, Urin. Meine Aufgabe ist es, daraus einen Stoff herzustellen, eine Frequenz. Frequenz heißt für mich, ich arbeite mit homöopathischen Mitteln, ich arbeite mit Nussoden und beides haben Frequenzen. Und auch Gabriele kam ja zu Ihnen in einem bestimmten Zustand, in einem Leidenszustand, Hilfe suchend. Wie genau haben Sie sich da kennengelernt? Ja, wir haben uns kennengelernt. Sie hat einen Termin gemacht bei uns in der Praxis. Sie ist seit 17 Jahren, hat sie den Leidensweg schon und hat verschiedene Sachen durchlaufen, schulmedizinisch, andere Therapeuten. Das war eigentlich ihr Bild, wie sie aussah. Und so kam sie praktisch zu mir. Wir haben eigentlich nur Folgendes gemacht, dass wir den ganzen Körper durchgecheckt haben mit dem Sekrettest, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, um zu sehen, welche Bakterien, Viren, Pilze sie nicht in Ordnung hatte. Das heißt also, dieser Erreger hat ihr Immunsystem praktisch nicht geschafft. Und das, was der Körper nicht geschafft hat, macht ihr natürlich Störungen im Körper, dass bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren und die Ausleitung nicht mehr stimmt. Und da sind Sie dann mit Ihren Frequenzen zu Hilfe gekommen und konnten Gabriele tatsächlich weiterhelfen? Ganz genau, so haben wir das gemacht mit Krankheitserreger, mit Nussoden, mit Schwingungen, mit Frequenzen. Weil homöopathische Mittel und Nussoden sind Frequenzen. Wenn die in homöopathischer Form verabreicht werden. Und die kann man verschiedenfach einsetzen? Jawohl, kann man verschiedenfach einsetzen. Wir arbeiten so, dass wir das in eine Trägerflüssigkeit brennen. Und in dem Moment, wo man sagen, wird der Körper denken, jetzt kommt dieser Erreger. Und wir haben auch die Möglichkeit herausgefunden, jetzt mit der Gabriele zusammen, dass wir diese Frequenzen eventuell auch auf Schmuckstücke brennen können. Und in dem Moment, wo derjenige den Schmuck trägt, passiert Folgendes. Er hat die Frequenzen am Körper und sein Immunsystem reagiert. Und ein sehr spezielles Thema von Ihnen in Bezug auf Frequenzen und Schmuck ist ja die Verjüngung. Ja, richtig. Da haben wir auch bestimmte Sachen hergestellt. Zum Beispiel Krankheitserreger und auch homöopathische Mittel, die dafür sorgen, dass eine Verjüngung stattfindet. Verjüngung findet dann statt, wenn im Körper eben alles stimmt. Was genau ist dann der Effekt dieses Schmucks, auf den Sie verknüpfen können? Die Frequenzen, die an dem Schmuck sind, sind ja auch am Körper. Und der Körper reagiert und hilft sich selbst. Und dadurch entstehen natürlich ganz andere Funktionen im Körper. Die Entgiftung geht besser, die Ausscheidung wird besser, die Haare werden besser, die Nägel werden besser. Das ganze Hormonsystem normalisiert sich. Der Mensch sieht anders aus. Jünger. Wenn die Leber überlastet ist, das spiegelt sich in Müdigkeit, in Abgeschlagenheit, Depressionen, passiert Folgendes, dass die Leber kein Prothrombin mehr bildet. Und Trombin ist wichtig für die Blutgerinnung. Und wenn das fehlt im Körper, habe ich überall blaue Flecken, wenn ich mich da anstoße oder da anstoße. Und auch da hilft dann die Kette? Hilft die Kette auch schon, dass die Leber unterstützt. Die Entgiftung geht besser und dadurch hat die Leber auch mehr Zeit, Prothrombin zu bilden und die blauen Flecken verschwinden. Ja, und es ist wirklich ein Schmuckstück der neuen Generation, so kann man es schon sagen. Albert Ruch hat es ja gerade wirklich ganz schön gesagt. Minus um Minus gibt ja manchmal Plus. Also nicht manchmal, sondern gibt Plus. Und auch hier arbeitet er mit einer Art Gegengift. Allerdings mit positiven Gegengift. Wir wissen ja auch alle vom Nervengift, Botox zum Beispiel. Aber das ist zum Beispiel eine Frequenz, mit der habt ihr ja nicht gearbeitet, weil ihr nur mit positiven Dingen gearbeitet habt, die ihr auf dieses Schmuckstück... Ja, man kann schon wirklich das vergleichen mit einer CD. Ihr brennt das da drauf. Der Computer, der Körper ist der Computer. Und wenn wir eine CD in den Computer einlegen, dann wird sie abgespielt. Dann wird sie abgespielt und dann haben wir plötzlich auf diesem Computer Bilder, Videos, Musiken, Textadeien und so weiter und so fort. Und ähnlich ist die Vorgehensweise bei diesem neuartigen Schmuck. Das heißt, auch hier werden Dinge, positive Dinge, drauf gebrannt, die vor allem für eines stehen sollen, nämlich für Lebensenergie, für Lebenskraft, für Lebensfreude. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und mit dieser Kette, da kommt man wieder in ein neues Alter zurück. Man muss immer sagen, wir versprechen niemandem, dass er plötzlich über Nacht aussieht wie 25, obwohl er vielleicht im 50. Lebensalter ist. Aber darum geht es auch gar nicht. Und darum geht es auch den meisten deiner Kunden gar nicht, sondern die wollen sich einfach wieder wohlfühlen. Die wollen einfach wieder beweglicher sein, mehr Lebensfreude erreichen. Ja, was ja das meiste ist, wenn man halt über 40 ist, über 50, 60, 70, 80 oder vielleicht auch schon 90 ist, über 90 ist, dann ist es ja so, dass man seinen Körper irgendwie intensiver spürt. Und zwar nicht immer in der angenehmsten Form. Und was sehr oft ist bei Frauen, und bei mir war das eben ganz extrem, so wie es Albert Ruch auch gesagt hat, ich habe immer, und da hat nur jemand mit der Handtasche an mir anstupsen müssen, habe ich schon einen blauen Fleck bekommen. Und das ist ja eine Alterserscheinung, dass wir leichter blaue Flecken bekommen. Was mit der Leber ja zusammenhängt, aber es ist ja eben nicht nur das, was dann wieder ausgeglichen wird, sondern eben der gesamte Organismus. Aber bei den blauen Flecken, da kann man es halt wirklich so richtig erkennen und sehen. Genau, weil ich habe früher, wenn Sie alte Videos, weil ich stelle ja oft diese Sendungen hier auf YouTube, auf meinen YouTube-Kanal, und da können Sie alte Sendungen, die im Sommer aufgezeichnet worden sind, habe ich immer lange Ärmel, weil ich hier besonders, ganz komischerweise, aber ich bin ja ein komischer, Du bist manchmal ein komischer Mensch, ja. Habe ich lauter blaue Flecken bekommen, ja. Und wenn da, wer stark dran gestoßen ist, dann war da sogar ein Bluterguss, ja. Aber ich kann da dagegen hauen, ich kann mich zwicken, da kommt nichts mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das kann man so, aber unsere Stammzuschauer, die haben vielleicht wirklich im letzten Monat erleben können, dass du wirklich verwundet warst, das heißt, du hast geblutet, weil du hier mal wieder in deine Hälfte eingeschossen, bam, gegen so eine spitze Kante. Das Studio hat gewackelt, uns tat es allen weh, es tat auch dir weh, aber es ist nichts passiert. Auch zwei, drei Tage später, wir haben es immer wieder gezeigt, kein blauer Fleck, der entstanden ist. Genau. Verrückt. Und es ist einfach, dass die Haut wieder so richtig fest geworden ist. So, wenn man halt jung ist, dann ist die Haut auch fester und man bekommt keine blauen Flecken. Das war für mich, das, was ich sage, das war richtig, da fühle ich mich jetzt wieder richtig gut. Aber, was ja auch viele Menschen kennen, also ich bin eine schon, die ganz gerne, weil ich ja klein, relativ klein bin, man hat es heute in Leichter Leben gesehen, was ich für ein Zwerg bin, und dann trägt man natürlich als kleine Frau gerne hohe Schuhe. Und ich habe, wie ich 20 war, ich konnte mit ganz hohen High Heels der Straßenbahn nachlaufen, über Pflastersteine und alles. Ich sage nicht, dass das heute noch geht, aber ich kann wieder in hohen Schuhen gehen, weil jeder weiß, wenn man älter wird, dann schwellen die Füße schneller an, wenn man lange steht, und dann kann man auch nicht mehr mit High Heels gehen, weil erstens das alles rausquillt und das schaut wirklich nicht schön aus, aber es tut auch höllisch weh. Und das ist auch besser geworden. Also meine Füße schwellen nicht mehr so an bei langen Stehen. Was ich auch merke, ist eben, dass ich beweglicher geworden bin. Das hat mir auch schon meine Time-Marsörin, zu der ich ja einmal im Monat hier gehe, bestätigt, dass ich auf einmal wieder in alle Richtungen gedehnt werden kann. Und das war für mich auch manchmal schon eine Belastung, wenn ich merke, ah, das geht nicht mehr, den Arm so in diese Richtung drehen. Oder wenn man einfach nicht mehr so beweglich ist, wie jetzt bin ich es wieder, aber ich war es nicht mehr. Und das ist einfach ein, ja, man fühlt sich einfach wirklich wieder jünger. Und dann kann ich sagen, ich fühle mich so alt, wie ich bin, weil ich fühle mich einfach jung. Jetzt können wir natürlich viele unserer Geschichten erzählen und die haben wir ja erlebt. Also wir erzählen ja hier auch keinen Blödsinn. Ich sage auch immer, meine Nägel sind besser geworden, meine Haarstruktur ist besser geworden, ich fühle mich auch beweglicher. Aber es sind die Kundenstimmen von Ihnen zu Hause, die eben schon die ersten Reaktionen an uns abgeben, die wirklich sagen, es gibt manchmal Dinge, die fallen einem vielleicht nicht über Nacht auf. Was die meisten wirklich sagen, ist, dass nach kürzester Zeit, also eigentlich nach ein, zwei Tagen, die Haare schon besser geworden sind, dass die plötzlich wieder ein anderes Volumen hatten, dass die plötzlich eine andere Struktur wieder bekommen haben, dass die Fingernägel besser geworden sind, das, was wir alles probieren, über Nahrungsergänzungsmittel zu uns zu nehmen, das hat einfach irgendwo, jetzt kann man sagen, liegt es an einer Kette, liegt es an irgendwas anderem, aber irgendwo, seitdem man die Kette trägt, passieren eben solche Dinge. Wie es funktioniert, ja, das hat Albert Roch natürlich schon ein bisschen erzählt. Es gibt eine Aussage von einer Frau, von der Yvonne nämlich, und die finde ich ist besonders schön. Die ist im 49. Lebensjahr und hat seit einem Jahr, wechseljahre bedingt, natürlich schon auch diese Hitzewallungen. Und die hat geschrieben, dass sie plötzlich irgendwann mal festgestellt hat, dass diese Hitzebeschwerden aufgehört haben, aber darüber hat sie sich gar keine Gedanken gemacht, denn sie hat sich die Kette zum Thema Verjüngung, wegen dem Thema Verjüngung natürlich auch zugelegt, aber plötzlich hat sie gemerkt, diese Hitzewallungen haben plötzlich aufgehört und sie sagt, das kann gar kein Placebo-Effekt sein, also das schreibt sie dir ja auch, weil sie sich darüber gar nie Gedanken gemacht hat. Also es sind Situationen, die kann man natürlich auch deuten, dass man sagt, naja, ist sie halt aus der Phase raus. Aber man fragt sich natürlich, warum passieren solche Dinge, wenn ich mir diese Kette umbinde? Und ich sage, 99 Euro ist ein absolut gut investiertes Geld, denn sie bekommen hier ein unglaublich schönes Schmuckstück, das auch ohne. Ganz zart ist das und man spürt es beim Tragen nicht. Mit dem Zirconia-Stein. Aber was man eben spürt, ist eben die Wirkung. Und ich muss auch sozusagen eine kleine Warnung aussprechen. Es kann sein, wenn sie die Kette ein, zwei Stunden tragen, dass es ihnen schwindelig wird. Das kommt vor. Oder, dass sie wie Herzrasen bekommen. Oder, dass sie richtig ein Beklemmungsgefühl bekommen. Das haben mir schon viele von denen, die das Schmuckstück gekauft haben und getragen haben, mitgeteilt. Und umso älter man ist, also wenn man schon über 70, 80, 90 ist, umso mehr spürt man das. Natürlich, wenn das passiert, dass sie schwindelig werden, Herzrasen bekommen oder so, Kette abnehmen. Einfach am nächsten Tag wieder erst anlegen, wenn sich der Körper wieder beruhigt hat. Nach 14 Tagen können sie diese Kette wirklich Tag und Nacht tragen. Sie werden nicht mehr diese Beschwerden haben, aber in den ersten 14 Tagen wirklich mit Vorsicht und vielleicht auch nur ein paar Stunden daran gewöhnen. Auf gar keinen Fall noch Tag und Nacht tragen. Aber danach ist es möglich, weil ihr Körper immer mehr in dieser Energie mit diesen Frequenzen sich verbindet, dass sie in die energetische Verjüngung gehen. Und es ist eben so, dass man dieses natürlich spürt am Körper. Der Körper reagiert darauf, dass da jetzt sozusagen ein Umkehreffekt stattfinden wird. Und darauf reagiert der Körper natürlich. Aber es kommt ja dann ein gutes Ergebnis heraus, deswegen ein bisschen durchhalten auf jeden Fall. Gold oder Silber, Sie haben die Wahl. Das ist natürlich schon richtig, wobei man an dieser Stelle sagen muss, es ist noch ein gewisser Bestand bei dir im Lager. Also ein gewisser Bestand von diesen frequentierten Schmuckstücken, die du bei Albert Ruch ja schon in diesen Apparat gelegt hast. Allerdings kann es sein, dass die Goldkette eben erst nächste Woche wieder zu Albert Ruch kommt. Das bedeutet, die können Sie vorbestellen. Vielleicht sind noch ein paar, ganz wenige von diesen Stücken da. Schnell sein, anrufen. Silber ist noch ein bisschen mehr der Bestand, aber der geht wirklich zur Neige. Und wir werden heute auch nur kurz über die Impulsverjüngung reden, denn morgen sind wir noch mal da. Morgen ist der letzte Tag von Gabriele Iersetter in Berlin und wir wollen natürlich auch unser Freitagspublikum morgens noch mal ein bisschen in das Thema Verjüngung einweihen. Und da geht es natürlich darum, dass wir ein paar Stücke noch brauchen. Aber am Montag fährst du ja wieder zu Albert Ruch mit einem neuen Paket von Silber- und Goldstücken. Gold vorbestellbar, falls sie schon ausverkauft sind, einfach wirklich sich jetzt schon auf die Liste setzen. Denn das ist das Besondere an diesem Schmuck. Der hat nicht nur einen Produktionsweg zurückzulegen. Also der wird nicht nur in Österreich hergestellt mit diesem hochwertigen Silber, mit dem Zirconiastein. Also auch hier wieder hochwertiger Schmuck, sondern der geht noch mal in die nächste Instanz. Und da fährst du am Montag wieder hin mit deinem Rucksäckchen und mit dem Koffer voller toller Schmuckstücke. Genau, da fahre ich hin, bringe sie persönlich hin zu Albert Ruch, damit da auch wirklich nichts Schlechtes an Energien draufkommt. Und dann wird ja jedes einzelne Kettchen energetisiert. Das dauert natürlich wieder. Das ist, kann man sich vorstellen, das liegt ja jedes ein paar Minuten da drinnen. Und das wird ja nicht mit Handauflegen energetisiert, sondern das kommt in ein Gerät hinein, wo diese Frequenzen hinaufgebrannt werden. Und in dem Moment, wo Sie das Kettchen oder die Armbänder anlegen und Ihren Körper, Ihre Haut berühren, übertragen sich diese Frequenzen der Verjüngung auf Ihre Zellen. Ihre Zellen kommunizieren miteinander. Das heißt, Ihre 70 bis 80 Billionen Körperzellen bekommen die Information, dass sie jetzt sozusagen in die Verjüngung gehen, dass sie einen Umkehrschwung machen, sondern nicht mehr die Uhr vorwärts, sondern rückwärts gedreht wird. Und Sie merken es nach und nach. Man merkt vielleicht nicht am nächsten Tag was, obwohl es das auch gibt. Aber man merkt vielleicht nach einer Woche was, dann wieder etwas Neues. Bei mir ist eben dazugekommen, dass ich nach drei Monaten gemerkt habe, dass viele Frauen haben ja Besenreißer auf den Oberschenkel. Ich hatte sie auf den Schienbeinen. Ich sage, ich bin irgendwie verdreht. Du outest dich hier als Wrack. Als Wrack, ja. Und da trägt man natürlich dann im Sommer, wo man keine Strümpfe trägt, keine kurzen Röcke. Du gehst dieses Jahr, muss man ja aber auch sagen. Also du gehst dieses Jahr, dann klingt es noch ein bisschen brutaler, wenn ich sage, du gehst dieses Jahr ins 59. Lebensjahr. Nein, nein. Doch, dieses Jahr gehst du irgendwie... Nein, ich gehe ins 1. Nein, nein, du gehst dann irgendwann... Also irgendwann gehe ich ins... Ende des Jahres gehst du ins 59. Lebensjahr. Ja, das stimmt. Deswegen, ich gehe dieses Jahr auch noch ins 49. Lebensjahr. Das heißt, die Nuller kommen immer näher. Ja, und man will natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, nämlich die Dinge, die plötzlich irgendwann mal erscheinen, die man halt nicht gut findet. Die man nicht haben will. Besenreiser, wer macht den Besenreiser? Nein, das ist nicht schön. Aber die sind weniger geworden, das wollte ich ja sagen. Beim Eingremen habe ich es nach dreieinhalb Monaten bemerkt, auf einmal. Hey, die sind doch weniger geworden. Und ich wollte mir die schon operieren lassen. Ja, brauchst du nicht mal. Ja, brauch ich nicht mal. Ich trage einfach weiter. Unterschiedlichste Reaktionen, die man bekommen hat. Und es gibt ganz viele von den Kunden, die auch gesagt haben, Thema Verjüngung, das hat mich am Anfang gar nicht so interessiert, weil ich gehe vielleicht auch auf die 50, 60 oder 70 zu und sage, ja, ich stehe zu meinem Alter und ich finde das auch gut, weil man darf da natürlich dann auch schon sein Leben zeigen und dass man eben keine 25 mehr ist, aber es geht eben um diese Ausstrahlung. Es geht eben darum, und das hat Albert Ruch, finde ich, vorhin in dem Video ganz schön gesagt, man sieht einfach jünger aus. Nicht unbedingt, weil man wirklich jünger aussieht, aber weil man jünger erstrahlt, weil man sich jünger fühlt. Und dann sieht man natürlich jünger aus. Sie haben heute die Möglichkeit, wirklich einzukaufen. Ich sage immer, das Must-Have ist die Halskette. Die Armbänder, die sind eigentlich noch so ein schönes Zusatzteilchen. Ich hoffe, dass man sich wirklich auch vielleicht mal gönnen kann. Man kann also den Schmuck wieder schön aufbauen. Die Halskette im Moment noch in Gold und in Silber und eventuell noch in Gold zu erhalten, falls es kein Goldschmuckstück heute mehr gibt. Da werden Sie aber die Damen und Herren im Callcenter informieren. Dann wirklich vorbestellen, zugreifen. Denn wir sind am Ende der Woche und wir wissen, wir werden auch heute nicht allzu viel Zeit haben. Ich kriege jetzt schon wieder von der Regie gesagt, dass die Leitungen glühen. Wir geben jetzt...